Ja, wie gesagt, der Luftstrom ist stark genug, er hebt uns hoch. Und wir sind oben! Yay! Um oben zu sein. Was ist das? Und da sind wir wieder unten. Aber keine Angst, nicht für lange, denn es geht ja immer wieder hoch. Und ich bin gerade schön klimatisch vorbeigefahren, vorbeigeflogen an diesem Teil da. Aber wir schießen drauf. Das Ganze verwandt sich ebenfalls in einen Luftstrom, der aber keinen physischen Effekt auf Rasiel auswirkt nebenbei. Das heißt, der strömt mich nicht wirklich weg, wenn ich jetzt dagegen fliege oder so. Was ähnliches gilt hierfür, aber nur was ähnliches, denn hier muss man den Schattenreaver benutzen, was ich zuerst überhaupt nicht gerafft habe. Oh, guck mal hier, wie unwissend er ist. Wie süß. Und er schießt weiter. Und er ist verzweifelt. Und dann lässt er sich fallen. Das tun viele Leute, die verzweifelt sind. Zum dritten Mal. Ich werde sauer, wenn ich... Mir steigt der Puls rasend an. Wenn ich mir die Videoaufnahmen ansehe. Ist das normal? So, auf jeden Fall hoch und in das Maul dieser Statue geschossen. Dieser Statue, sage ich schon. Dieser... Was auch immer. Die beiden Luftströme gebündelt ergeben einen Effekt auf das mittlere Teil. Aber was ist das? Welchen Reaver werden wir bekommen? Schwer zu erraten, oder? Sehr schwer. Mir gefällt übrigens, was mir im Tempel-Design gefällt, ist dieser Nachthimmel, den man da im Hintergrund sieht. Der sich so schnell bewegt. Das hat einfach etwas Besonderes. Und das Ganze bündelt sich. Sehr effektvoll. Finde ich gut gemacht. Die Tür verschließt sich. Was sehr viel Sinn macht. Und wir holen ihn uns, den Licht Reaver. Nein. Und... Wir jagen den Tempel in die Luft. Jaha! Wartet. Drei, zwei, eins. Boom! Okay, es hat noch nicht ganz gereicht, aber es reicht, um uns die Kraft des Elements der Luft zu geben. Unserem Reaver, um genau zu sein. Wo auch immer da der Unterschied liegt. Und Rassel wird uns dazu jetzt was erzählen. Als der Reaver die Schmiede ihrer wichtigen Energie beraubt hatte, legte sich der Sturm. Ich kam wieder zu mir und bewunderte meine frisch geschmiedete Waffe, die nun von der elementaren Kraft der Luft erfüllt war. Derart gerüstet hoffte ich inständig nun endlich in der Lage zu sein, diese Einöde zu verlassen. Und darauf hoffen wir ja alle. Ja, wir bekommen ein bisschen extra Leben. Dieses Tor hier ist wie gesagt verschlossen. Davor hat sich aber das hier gebildet. Davon gibt es sehr viele im weiteren Spielverlauf. Äh, die generieren einen Luftstrom, mit dessen Hilfe wir höher fliegen können. Prinzipiell mal überhaupt nach oben fliegen können. Oder uns tragen lassen können, besser gesagt. Und, das ist unlogisch. Das Gitter verschwindet und wird durch eine brüchige Tür ersetzt. Wer macht sowas? Vor allem, warum passiert es erst, wenn ich den Raum verlassen habe? Das ergibt in keiner Hinsicht Logik. In keiner. Egal, wie ich es drehe und wende. Ah ja, wir können jetzt übrigens mithilfes Luft-Reavers Türen aufsprengen. Toll nicht? Katzi. Dieser urgewaltige Reaver besaß, so erkannte ich die Macht, Hindernisse zu zerstören, die gesprungen oder beschädigt waren. Endlich hatte ich die Möglichkeit, den verfallenen Zeitstromraum zu öffnen, den ich vor langer Zeit in den Sümpfen entdeckt hatte. Jetzt würde ich diese Einöde vielleicht verlassen können. Um in eine Zeit zurückzukehren, in der Janus Ordon noch lebte. Ja gut, wir sind endlich aus dem Luft-Tempel raus. Was jetzt folgt, ist ein riesig langer Weg durch den Sumpf. Da ist übrigens wieder eine. Nein, da dachte ich, das wäre auch eine zerstörbare Tür. Ein riesig langer Umweg durch den gesamten Sumpf. Den ich ersetzt habe, oder den ich rausgeschnitten habe, weil es macht keinen Sinn. Es ist derselbe Weg wie zuvor, wirklich genau derselbe Weg. Man könnte meinen, okay, Kämpfe sind anders, wegen des Reavers. Aber wie ihr seht, ist der Reaver, der Soul-Reaver, der Luft-Reaver, genauso wie all die anderen Reaver. Es sieht nur ein bisschen anders aus, das habe ich euch zu Genüge gezeigt. Und deshalb kommt jetzt auch ein Schnitt und wir haben einen Großteil des Weges durch Quertz in den Uschenheim. Bis zum nächsten Mal.